Lidl, sag mal, wie kann ich bei euch einsteigen? Das hängt ganz davon ab, was du für einen Abschluss hast und wo du später mal hin möchtest. Hast du einen Hauptschulabschluss? Wie wäre es dann mit einer Ausbildung im Bereich Handel oder Logistik? Hast du die mittlere Reife? Dann kannst du dich zusätzlich für eine Ausbildung in der Verwaltung bewerben. Oder hast du Abitur? Dann kannst du dich auch für eine Ausbildung entscheiden. Oder du bewirbst dich für das Abi-Programm und lässt dich in drei Jahren zur Führungskraft ausbilden. Mit zwei Abschlüssen plus Ausbilderschein bist du am Ende zum Beispiel bereit, eine Filiale zu übernehmen. Auch eine Möglichkeit für alle mit Abi oder Studenten, die keine Lust mehr auf nur Hörsaal haben, das duale Studium. Alle drei Monate wechselst du zwischen Theorie und Praxis. Danach hast du beste Übernahmechancen. Ob Handel, Wirtschaftsinformatik, Bauingenieurwesen. Es gibt ganz verschiedene duale Studiengänge. Und du entscheidest. Für Studenten haben wir verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Ob Praktikum oder Werkstudententätigkeit, alles kein Problem. Kein Problem ist übrigens auch der Einstieg nach der Uni, zum Beispiel mit dem Trainee-Programm. In 12 bis 18 Monaten durchläufst du alle Unternehmensbereiche und wirst bestens auf deinen Job danach vorbereitet. Hast du deine Ausbildung oder dein Studium bereits abgeschlossen und bist jetzt bereit für den Direkteinstieg? Dann los! Deine Einstiegsmöglichkeiten bei Lidl Ausbildung, Abi-Programm, duale Studium, Praktikum, Werkstudententätigkeit, Trainee-Programm oder Direkteinstieg. Auf jobs.lidl.de findest du für deinen Abschluss und deine Motivation den passenden Einstieg. 순f! Du! Wie? Du! Du! Vielen Dank.